Hey Leute, willkommen zurück zu God of War! Wir haben die Prüfung des Hades bestanden, denke ich doch mal. Und jetzt? Sie können nicht weitergehen, es ist zu dunkel. Hier, es ist zu dunkel. Ich muss irgendwas mit dem Schädel hier anrichten. Hier, diese Statue. Irgendwas muss ich da machen mit dem Kopf. Den haben wir gedreht, aber es ist nichts passiert. Muss ich da irgendwie Licht drauf geben oder so? Auf jeden Fall schaut er hier rein. Wie war ich denn das? Hm. Okay, ich kann in das Wasser. Hä? Alles klar, das ist jetzt ein bisschen komisch. Ich dachte, das ist Lava. Ja, mach doch mal. Das ist wohl doch keine Lava. Oh, genau, jetzt haben wir Licht gemacht. Ja, wunderbar. Wunderprächtig. Gibt es hier noch was? Oder kann ich auftauchen? Ich hatte... Was macht er denn jetzt? Na, egal. Lass mich raten. Jetzt kommt wieder Gegner, ne? Oder auch nicht. Auf jeden Fall ist jetzt die Klappe unten zu. Und wir haben es geschafft. Moin. Jetzt müssten wir ja Licht haben hier drin. Hervorragend. Sind das alles Fallen oder was? Oh, je. Ich seh schon, komm. Ich werd hier wieder ein oder andermal... Das ein oder andere Mal draufgehen. Komm, wir gehen nochmal speichern. Ja, besser ist, ne? Besser ist das. Komm. Zack, zack, zack. Oh, da. Na gut. Aber lieber das, als wenn ich mich ewig durch Gegnerhorden metzeln muss, sag ich mal, ne? Ich mag das lieber, solche Rätsel, als tausendmal Gegner kaputt kloppen. Ach, scheiße. Da kommen ja mehr als nur eine. Okay. Ja. Stell dir vor... Oh, das geht ja schnell. Wahrscheinlich genau aus dem Bund, weil die wissen, man stirbt hier andauernd. Lille, 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 lille. Oh Gott. Oh Gott. Ja, moin. Soll ich die Türen hier aufkriegen? Sag mal, seid ihr wahnsinnig. Guck mal. Wir kommen so schnell hintereinander. Höh. 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 Oh Gott. Ja, ich werd getroffen. Fantastisch. Komm, ich werd immer wieder getroffen. Das ist echt nur zum Ab... Wow. Das. Ich schmerz auf die Schnauze hier. Ich glaub jetzt einfach durch. So schwer ist das jetzt auch nicht. Komm. Nö, 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 nö. Also schwieriger, als die ganzen Türen hier aufzusteppen. Oder warte mal. Lass mich raten. Da kommen bestimmt Schätze dahinter. Das muss ich dir aufmachen, zwangsweise. Oh ne, das reicht nicht. Das reicht nicht. Warte. Das könnte reichen. Komm schnell mal auf. Katos. Yeah. Okay, da ist gar nicht... Wow. Da ist echt nichts drin, oder wie? Wehe, wehe, wehe. Alles klar. Ich schaff das. Na komm, also es schwer ist das jetzt nicht. Schwer ist anders, aber... Wehe, es ist halt ein bisschen langwierig, da ich immer wieder Haken schlagen muss. Ich muss immer wieder ausweichen. Dann komm, das schaff ich jetzt. Wehe, wehe. Gut, das war's. Hey, hier gibt's ganz viel Zeug. Oh oh. Hey. Bam. Okay, das war zu spät zu begreifen. Und? Hey. Und? Hey. Gut, da ist nichts mehr. Gibt's hier vielleicht noch ein Auge oder eine Feder? Wäre cool. Yes. Eine Feder. Nice. Was haben wir hier? Acht Sackgassen, ein Ausgang. Finden sie ihn, bevor die Flammen des Hades sie verzehren. Pathos Verdes der Dritte, Hauptarchitekt und treuer Diener der Götter. Sekunde. So, ja. Katze. Katzen, besser gesagt. Meine Güte. Früher hatte ich nur eine Katze, die war auch schon stressig. Jetzt habe ich zwei Katzen. Die sind noch stressiger. Ei, ei, ei. Naja, haben wir gleich noch die Power-Ups ein bisschen. Ja, klasse. Natürlich war hier irgendwo der Weg hinter diesen Türen. Ne, ich hab's gewusst. Komm, wollen wir in der Mitte jetzt, bitte. Und jetzt kommt das. Wedegal, das ist hier das erste Direkt. Oh Gott. Ja, fantastisch. Ich konnte da gar nicht ran. Guck mal. Ich konnte nicht mal ran. Vielleicht würde ich in die Kletze kommen. Die fetten Kletze. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ewig. Oh nein. Et ausknapp hier. Oh nö. Au. Ich hab's so gewusst. Nee, ganz ehrlich. Könnt ihr auch mal aufhören, jetzt zu rollen? Guck mal, da kommt jetzt schon wieder die nächste. Ja, ja. Jetzt schaff ich's aber. Ja, wenn ich dich getroffen werde von diesen Dingern. Mann, die Bällchen. Das sind hautes Bällchen. So eine Balls. Ja, toll. Wett mal, ist es nicht? Nee, ist es auch nicht. Das ist es nicht. Kann ich dich vielleicht zerstören? Auch. Nö, kann ich nicht. Kann ich nicht. Kann ich nicht laufen. Komm, jetzt schnell. Kortos, Kortos, Kortos. Mach. Nee, das ist natürlich auch falsch. Wo ist das nächste? Next Pleats. Next Pleats. Da haben wir's. Das klappt, komm. Oh, nee. Warum trifft ihr mich? Ich war noch viel weiter weg, als es den Anschein hatte. Was zur Hölle? Nee, ganz ehrlich. Hat sich das ausgedacht? Dieser tanischen Bällchen. Oh Gott. Werd nicht auf, ne? Werd nicht auf. Das ist auch falsch. Nein. Oh Gott. Ach ja, komm. Ich war noch weit genug weg. Erzähl mir das nicht. Erzähl mir das nicht. Oh. Schnell. Ich hab's. Ich hab's geschafft. Wow. Mit kaum Lebensenergie. Wenn jetzt Gegner kommen, bin ich direkt tot. What's up? Oh ja, natürlich. Natürlich. Komm, ihr Gegner. Ich hab Lebensenergie. Ihr könnt mich mal. Ihr Viecher. Uh-huh. 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 Weicht doch mal aus, Kathos. Weicht doch mal aus. Ja, ja. Sag mal, ich hab so viel Lebensenergie. Oder was? Hier können meine Schläger einfach blocken, ja? Ja, hey, es ist unglaublich, guck mal. Jetzt friss meine Klinge hier. Erdbeer, ihr Schmack für dich in deinen Hals, du hässliche Mistgeburt. Zack. Oh Gott, jetzt kommen die wieder. Ja, 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 Bogenschützen, ne? Oh Gott, na, auf dich zu bauen, bitte. Jetzt ist sie auch noch drin. Oh toll, bin ich jetzt noch nicht weiter. Wow, wow, lass mich doch weg. Oh, das geht auch ganz gut bei dem Vieh. Wenn er nicht blockt, ja, dann macht er das hier nämlich. Oh. No. Stirb jetzt mal. Ja, jetzt, aber. Jetzt, oh. Friss den Scheiß, danke. Schmeckt, ne? Lecker, lecker. Meine Erdbeer Klingen des Todes. So, jetzt gehen wir erstmal hier lang. Oh Gott, da kommen wir der Gegner, ne? Gegner, sis. Au. Was? Zur Hölle, sie sind tot. Ja, guten Tag. Guten Tag, sie sind tot. Ich brauch Blitzer, ich brauch erstmal Mana. Ich hab die alle tot. Pennergesichter. Ja, erstmal hier hoch. Oder muss ich erst hier hoch? Ja, ja. Da sind sie schon, ne? Die Bogenschweine. Ey. Hab ich euch endlich, ne? Schweinegesichter. Gut. Ja, deswegen war das auch verschlossen. So, da hätte ich ja gleich da oben lang gehen können, wo die mich sowieso erwischen, ne? Ich hab einen Tipp bekommen. Ich soll bei den Seilen immer links und rechts abwechselnd treten, wenn von beiden Seiten Gegner kommen. Dann werde ich die ganze Zeit... Oh, so. Sieht ein bisschen affig aus, ja. Aber es ist effektiv. Au. Ihr Pennergesichter. Dass sie sich immer festklammern, finde ich auch ein bisschen nervig. Au. 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 Sieht echt bitte doof aus, ne? Kratos. Der Klettermeister. Wups. Ach ja, komm. Komm. Das reicht's mir. Ey. Ey, 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 ey. Zäng, zäng, zäng. Lass den Zorn der Götter deine Klingen treiben, Kratos. Den hier. Näääääääääääääääääääääääääääääääää. Oh, nicht so wieder. Yeah. Steinert. Und äh, Kinder, jetzt reicht's aber. Ich bin mir da mit dem Bogen auch noch trüffeln hier. Wee, wee, wee. Auch. Vielleicht kommt da angesprendet, ich weiß das schon. Zack, so geht das. Und ich seh'n, ihr Penner mit Gorgonen-Power. So geht das. Naja, ich würd ja öfter die Superkraft hat, die, ja, diese Spartaner-Power einsetzen, aber ich bin ja ein bisschen spartanisch. Was ist überhaupt, ich weiß es nicht. Naja, ist klar. Moin. Bin da. Warte mal hier. Kannst du was machen? Okay. Hallo. Neue Rätsel für mich. Oh, sehr gut. Ein Auge der Gorgonen. Na doch. Ich kann hier was zischen. Ah. Sehr gut, ich kann speichern. Aber erstmal. Erstmal, poperst mal. Machen wir das so. Und gehen mal sichern. Und dann, wollen wir sehen, was weiter passiert. Ja, scheinbar gipfelt das Ganze dann in einem megamäßigen Bosskampf mit Aris. Oh nein. Nein, 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 nein. Bitte nicht sowas hier. Bin ich so eine Balance-Kacke? Okay, dann muss das sein. Und auch noch mit so einer beschissenen Kamera gerade. Die sich irgendwie mitdreht die ganze Zeit. Woher. Hättet ihr das mal sein lassen? Ernsthaft jetzt? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Oder wo ich gerade bin. Das ist total gefeuert. Magst du was nicht? Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht. Ja. Fantastisch. Toll gemacht. Warum kann man die Kamera hier nicht verstellen, bitte? Das ist doch scheiße. Das ist ja große Scheiße. Oh, wenn ich das jetzt schaffe. Ja. Genau. Hattet ihr das gesehen? Die Kamera dreht sich einfach. Was soll denn das? Warum? Warum machen die das? Das ist kacke. Das ist... Ja, gut. Was soll ich denn da? Das Spiel ist alt. Ich wollte gerade sagen, das sind veraltete Mechaniken, dass man eine Kamera sich so frei drehen lässt. Das ist total bescheuert. Ja. Aha. Ja. Danke. Oh Gott. Da werde ich jetzt ein bisschen brauchen. Ich kriege schon Magenschmerzen. gerade. Von dem Kram hier. Ja, Eintreffer tot, ne? So sieht es aus. Bäh. Ich glaube, wenn ich springe, sollte ich einfach nur auf der Stelle Doppelsprung machen. Ansonst nichts. Äh. Weißt du, gerade ist es hier der Schlechter schlechthin. Und trotzdem kann er von sowas hier gekillt werden. Einfach mal runterfallen irgendwo. Wie so ein sterbliches... Ja. ...Wesen. Oh Gott. Ist so knapp. Ist so knapp. Halt dich doch fest. An dem Horn. Oder so. Oh Gott. Nee. Immer wieder derselbe Scheiß. Ich habe schon mal gesagt, dass ich die Hüftpassagen hier total blöd finde. Irgendwie. Oh wow. Ich weiß nicht, wie ich die Kiste haben kann. Oh Gott. Oh Gott. Ach, komm schon. Komm schon. Ich wollte gerade springen. So eine Rotze. Nein. Nur weil ich an diesen dummen Obstikel sterbe, will ich es doch nicht auf Einfaches bescheuert. Prügelkind. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich das peinlichste Achievement ever, ne? Also immer ist das Prügelknabe, nicht Prügelkind. Man hat, glaube ich, damals keine Mädchen gehauen. Okay. Also, um sich abzureagieren. Wenn ein König Scheiße gebaut hat oder ein Herrscher, glaube ich, hat man dafür ein Kind verprügelt. Oder einen jungen Knaben, so. Teenager, Alter. Hä? Die meisten kubertierende Teenager sind sowieso da ein bisschen, weiß nicht, aufsässiger. Da kriegt die halt noch extra eine. Da kam ein extra eine. Hä? Was war das denn? Drehe die scheiß Kamera nicht. Ich verbitte mir das. Oh Gott. Wie wär's mal hier mit nem Quicksave oder sowas, ja? Wie wär's? Haben wir nicht. Haben wir nicht. Kriegst du nicht. Gott, nein, oder? Was ist das denn für ein Schmarrn? Sag mal. Kommt sowas noch öfter vor? Ich hab das Spiel schon fast gelobt die letzte Zeit, ja? Jetzt krieg ich sowas hier. Nein, 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 nein. Das war falsch. Ich hätte einmal springen dürfen. Das ist kein Obstacle. Das ist ne Plattform, auf der ich landen muss. Come, Kratos. Kratos. Das hat ein Hardes überhaupt mit Balance zu tun. Oh Gott. Oh Gott. War das knapp. Na, ich rutsche weg. Seht ihr das? Ich seh nicht, wo ich hin muss. Verdammt. Ey, ganz ehrlich. Ich seh's nicht. Ich seh's wirklich nicht. Guck mal. Man sieht nicht, wo man hin muss. Wäh, schon wieder. Schon wieder. Hey, das ist doch mal ne Rotze, du. Das ist mein... Oh Gott. Ich hasse es so dermaßen gerade. Haben wir noch mehr von diesem Quatsch? Puh. Schnell durch, komm. Wow, jetzt ernsthaft. Nicht wieder hier. Am Anfang. Es ist doch scheiße. No. Okay, ich bin aber wieder hier, oder was? Ne. Ja, wenigstens das haben sie gemacht. Wenigstens das. Alter. Ich rutsche da wieder weg hier. Guck das. Das ist... Ja, ich meckere gerade. Zurecht, Leute. Zurecht. In meinen Augen ist es nur zurecht gerade. Wow. Wow, nicht hochziehen. Du bist so ne Dumpfbacke, Kratos, ne? Du bist so... Du bist so ne Blöde Dumpfbacke. Wer sich hier nicht aufregt, ne? Das ist so ein Scheiß. Guck's dir an. Guckst du doch an. Jetzt werde ich wieder weggedrückt. Aber ich gehe wahrscheinlich gleich schon hier hin. Ey, wenn... Ich weiß nicht, dass ihr an der Stelle sofort durchgekommen seid. Erstmal glaube ich es nicht. Und zweitens will ich es nicht hören. Ganz ehrlich. Das ist... So eine Scheiße hier. Ja, bis jetzt. Das war doch nicht der Anfang, wo ich eben war. Richtig? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist das Ende. Bitte. Bitte. Wow. Da geht's gar nicht weiter, oder? Er leckt mich. Leute, ich speicher hier. Mach hier ne Pause. Hab keinen Bock mehr jetzt. Äh, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns. Zu God of War. Bis dahin.